Und, wie nehmen wir denn jetzt mal? Ludi-Ludi-Du, Stubidubidu, nehmen wir mal Knochen-Bowser, wo ist ein Knochen-Bowser? Oh, das passt ja, schaut mal, gleich das Ding hier gekriegt. Wollen wir noch beim Eichhörnchen bleiben? Weiß nicht. Ja komm, so passt das. Ah, dann müssen wir eigentlich Baby-Bowser nehmen, aber ne. Äh... Das sieht doch gut aus. Tiefer gelegten. So, machen wir weiter mit dem Blood Cup. Dann haben wir die Hälfte durch, wenn wir den geschafft haben. Mario Stadium vom DS, Sherpetland vom Gamecube, Melody Motorville vom 3DS, das kenne ich nicht, wegen 3DS, das hatte ich nie. Und N64 Yoshi Valley, schön. Dem, um Dominanz im Rennen auszudrücken. Ja, das macht er. Knochenbuser kommt jetzt. Der ist genauso trocken wie unser Humor. Leaf Cup, Vario Stadium. Bowseröl. Das Bowseröl hat er aus seiner eigenen Haut hergestellt. Deswegen hat er jetzt keine Knochen mehr. Keine Knochen, kein Fleisch mehr, sorry. Brum, 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 brum. Diese kleinen Räder überhitzen, was ist denn das? Hey, hey. Wo sind meine Items? Wo sind meine Items? Hey, Metal Mario, wo sind meine... Oh, fuck. Räder war ganz schön weit um die Kurven rum. Ich glaube, die Kombination, die ich hier genommen habe, ist, glaube ich, zum Driften jetzt nicht so ideal. Ja, nee. Echt nicht. Oh! Der rastet völlig aus. Oh! Oh shit, oh shit, oh shit. Also ich weiß nicht, ich glaube... Ich glaube, ich glaube nicht, dass er als ein Knochen-Bowser liegt. Ich glaube, das liegt an dem Wagen. Also... Ey, Roy. Oh! Die Kurven nimmt er ganz schön weit. Aber vorsichtig sein. Wie aggressiv der auch ist, ne? Unter Wasser spielt der bestimmt auch Feuer, wenn wir nicht rausfinden. Wenn ich gar nicht getrickst habe. Aus dem Weg kleiner. Knochen-Trocken. Ich bin Knochen-Bowser. Knochen-Trocken. Bei mir sind ja nur die Knochen-Trocken. Bei mir ist alles trocken. Wupp, wupp. Haha. Wip. Wupp. Stip. Wupp. Ja. Das war ganz gut. Jetzt komme ich aber hier schlecht an. Ah, passt schon. Passt schon. Oh fuck. Oh man. Jetzt habe ich ja gar keine Items mehr. Und die Red Chain ist auch weg. Ah. Mein Mann ist weg. Wäre viel besser, wenn ich mich getroffen hätte, ne? Wupp, wupp. Oh mein Gott. Wie geräuscht sich das Ding macht, wenn es geschrumpft ist. Wupp, wupp. Ach, Knochen-Bowser. Komm, Feuer spuck unter Wasser. Das will ich mal sehen. Hau rein. Wupp, wupp. Das Eichhörnchen. Ja. Das ist Tico, das Scheichhörnchen. Der verkauft uns gleich das Bowseröl. So. Ah. Mach mal weg den Scheiß. Ah, ah, ah. Mach mal rum hier. Zip, zip. Wupp, wupp, wupp. Yeah. Wah, ha, yeah. Aber der Teil ist richtig gut. Da kann man richtig hart beschleunigen. Das finde ich richtig schön. Er hat mich so ein bisschen an Waluigi Stadium. Das fand ich sogar noch ein bisschen besser. Das war auf der Wii-Version mit drauf. Aber das war ursprünglich, glaube ich, auch aus der Gamecube-Version. Aber das ist jetzt auch ziemlich cool. Uh. Vor allem das mit den Wandsprungen, die man jetzt hier hat, finde ich ziemlich nice. Und auch das hier. Wupp, wupp. Yeah. Los, Bowser. Yeah. Er kann auch unter Wasserfeuer spucken. Das ist doch ganz klar. King Cooper kann sowas. Yeah. Und noch Cash eingesteckt. Wupp, wupp. Einen schönen romantischen Abend, Skyrider. Freut mich, dass du hier bist. Booser räumt hier richtig auf, der Knochen-Booser. Eine Runde aber schon gewonnen. Mal schauen, was sich jetzt hier noch ergibt. Ein Blood Cup. Blood Cup. Ein Blood-Klopapier-Cup ist das. Auch Sherbet Land. Da bringen wir mal das Eis zum Schmelzen. Feuerwerk. Ach, nicht die Quallen. Die waren richtig schlimm in Mario Bros. 3. Sherbet Land. Na dann mal ran. Das Auto sieht richtig schlimm aus. Also sieht's nicht. Wenn Baby-Bowser drin sitzen würde, würde das bestimmt ganz niedlich aussehen. Aber mit Knochen-Bowser sieht das einfach richtig falsch aus. Knorkleiner. Ist das hier Lemmy oder... Ich verwechsel die immer. Ist das Lemmy oder Larry? Ich glaube, Larry ist der mit dem grünen Hahn. Auf jeden Fall ist Iggy der mit der Brille, richtig? Iggy ist, glaube ich, der mit der Brille. Knorkleiner. Das wäre jetzt eine Schande, wenn dein Papa dich hier mal runterschießen würde. Ja, lernt man nur auf die harte Tour, sagt auch Boozer. Oh. Lern auch nur auf die harte Tour, dass man vielleicht mal nicht von der Strecke runterdriften sollte. Oh man. Muss man denn hier am besten langen... Ja, lässt du das jetzt mal, Redshell? Okay. Denk mir nur mein Cash ein. Schade. Boombox... Ey, ey! Was war das denn? Metal Mario! Für was hältst du dich? Du musst doch bloß ein Sideman von den Smash-Spielen. Fährt er da unten durch den Tunnel, damit ich mich nicht rächen kann. Ich glaube es auch. Der kriegt jetzt gleich eine Blue Shell. Ja. Ausnahmsweise kriegt mal wer anders eine Blue Shell ab, Arschloch. Was hast du jetzt davon? Hä? Eine Blue Shell gibt es nur für Arschlöcher, ne? Das ist so viel ab. Ich habe auch gar kein Geld mehr. Ich muss doch schon meine ganzen Organe verkaufen. Samthaut. Ich habe immer noch kein Geld. So, jetzt habe ich ja zwei Münzen. Aber die Drift-Geräusche von dem Ding gehen gar nicht. Oh nein! Ach, wer pflegt! Nehmen wir mal zwei mit. Oder nur eins. Oh, ist auch egal. Noch mal noch ein paar Münzen. Ich springe jetzt mal hier in das Loch rein. Hup! Geht doch schneller, wenn ich hier unten durchfahre. Ich habe vielleicht da mal tricksen sollen. Geht doch immer noch Cash. Cash, Cash, Cash. Wie viel Cash? Wie viel Cash? Wie viel Cash? Wieder fünf Münzen? Ich brauche mehr Geld. Hätte ich gekillt. Ja! Oh, was ist ein Weg? Ach, fuck! Schei, geil. Was soll denn das? Ich finde das ja schön, dass ihr hier eure Aufführungen habt und so. Aber wir fahren hier ein Rennen, ja? Da muss man auch mal ein bisschen Rücksicht nehmen, junger Freund. Ich sage dir das nur als dein König. Weiß. Ich bin zwar nur noch Haut und Knochen. Und das mit der Haut ist auch nicht mehr so das Wahre. Aber da muss man auch noch ein bisschen vorsichtig sein, junger Freund. So. Haben wir ein paar Rühmchen drehen hier. Opa Bowser sagt, wenn du kein Feuer hast, ne? Dann solltest du auch nicht rauchen. So. Mal wieder unten durch. Vielleicht hilft das ja so von der Geschwindigkeit. Ich schau mal. Ist ja eigentlich doch ziemlich fix hier unten durchzufahren. Fixe Schnitzel. Zack. Bumm. Ha, ich habe sogar wen getroffen. Sehr schön. Das ist ein Rennen, Gary. Ein Rennen. Schon mal davon gehört. Mann, Chris. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Eisstrecken fand ich bei Mario Kart immer nicht so schön. Ich weiß nicht. Patte mag die ganz gerne. Ich mag die nicht so. Muss man mal sehen. Melody Motorway, das sieht doch schön aus. Guckt euch die dicken kleinen Freunde hier an. Ha, 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 ha. Ich bin das Fist-Dur. Woo, woo. A, B, A, B, Noten. So. Der hat einfach gar keinen Spaß. Ha, 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 ha. Der hat nur Spaß und Leute verbrennen. Music Pack. Wer hat nicht da gerade überhaupt Knochen trocken wieder? Der kleine Schlingel. Der hat am Anfang auch noch mal so viel Beschleunigung und danach wird irgendwie Sechster oder Zwölfter oder was weiß ich. Oh, mein Gott, die Klaviergeräusche. Na, fährst du vielleicht mal die Piranha-Pflanze rein? Nicht? Oh, fest mal hinten drauf. Ist auch okay. Du, 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 du. Ich glaube, man kann wahrscheinlich tricksen, wenn man so hochgeworfen wird. Das soll ich das mal machen. Ich führe ganz schön, oder? Ich bin gerade vorne. Ach, das ist ja nicht mein Problem. Oh, Mann. Kann die mich eben noch andersrum? Die Pflanzen? Ja, ich glaube, die waren andersrum. Da sind, glaube ich, auf jeder Seite eine Röhre und dann muss man da noch gucken, wo die sind. Na ja. Cash, Cash. Jetzt fliege ich wieder aus der Kurve. Nach dem Sprung sollte ich wahrscheinlich nicht tricksen, weil ich dann zu hart aus der Kurve fliege. Warum habe ich die Banane geworfen? Da kriegt der True auch gar nicht mehr mit, was er hier eigentlich von uns im Verzapft. Merkt er selber, ne? Ja, da kann ich tricksen. Sehr schön. Und nochmal eine Linkskurve. Zack. Letzte Runde. Oh, nochmal. Ein bisschen Klavier drücken. Oh, oh, oh. Na, ihr beiden. Die gehen auch richtig ab. Die haben richtig Bock auf die Musik. Die Piranha-Pflanzen sind gar nicht böse. Die müssen abrocknen. Wer kann es ihnen verwehren? Das ist doch schul hier. Oh, 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 oh. Der hat nicht fast aus der Kurve geflogen. Oh, oh, oh. Oh, nein, oh, nein, oh, nein. Die Kurve kriegt man doch immer nur so ganz knapp, wenn man da den True-Wust-Feuer nimmt. Man muss vorsichtig sein. So, jetzt hier, Jungs. Gib mir mal ein Turbo jetzt. Okay, das ist dann schneller, wenn ich hier vorher nicht den Gleiter nehme, sondern einfach so runterspringe. Das ist die Frage. Amis, das war zu früh. Oh, rum, rum, rum. Und, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Wie weit fühle ich? Oh, weit genug. Oh, Gott. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, Knochen trocken ist aber... Nein, 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 nein. Oh! Oh, mein Gott. Oh! Ach, du Scheiße. Man soll auch nicht in Wände reinfahren. Quatsch, in Wände reinfahren, das gehört dazu. Das gehört vollkommen dazu. Wenn man nicht in Wände reinfährt, dann hat man es auch nicht richtig verstanden. Da muss man einfach mal ein bisschen mit dem Reifen an der Wand kratzen. Ne? Ansonsten verkaufen sich die Dinger doch gar nicht, ne? Dann halten die doch lange. Ich will doch auch bloß die Mechanikindustrie unterstützen. So. Letztes Rennen jetzt hier. Yoshi. Yoshi. Oh, an die Strecke erinnere ich mich auch. Früher war da ein Fragezeichen, wo die Map war, als die Original war. Und da wusste man nicht, wo man lang sollte. Jetzt sind einfach alle Wege hier eingezeichnet. Und ich weiß immer noch nicht, welches der beste ist. Die Map gibt es, glaube ich, seit dem N64 war das. Und ich weiß bis heute nicht, wo man langfahren soll. Ich fahre einfach. So. Jetzt haben wir das Wirrwarr hinter uns. Jetzt wird man... Knochen trocken? Was hältst du denn eigentlich davon? Hä? Findest du gut? Ich auch. So. Jetzt muss nicht abgeschossen werden. Das wäre jetzt ein bisschen kritisch. Mal zwei Items mitnehmen, wenn es geht. Jupp. Oh, das Ei. Das Ei. Das Ei. Weg mit dem Ei. Weg mit dem Ei. Der hat halt hier erinnert mich so ein bisschen an die Kuhmuffarben. Sieht irgendwie ganz genau so aus. Oh, ne, sie drückt. Nur, dass hier keine Kühe sind. Hup, hup. Oh, nein. Und we're at sure. So. Mach den Scheiß mal von meinem Beecher mit. Denk. So. Ähm. Wir fahren einfach gleich. Fahren wir jetzt hier mal links rum. Vielleicht geht das ja schneller. Aber ja, das wird zwar ganz klasse. Hat nicht gesehen, wie scharf die Kurve war. Fahren wir mal hier lang so. Ist das hier besser? Vielleicht. Vielleicht doch nicht. Oh. So. Ich weiß nicht. Also ich hab keine Ahnung, welches jetzt hier der schnelle und welches der langsame Weg oder sonst was ist. Und geil, zwei Mützen. Kann man richtig gut gebrauchen, ne? Schmeiß ich gleich mal. Wenn ich mir zwei neue Item mitnehme, so. Das Ei ist im Weg. Das Ei ist im Weg. Eigentlich nicht. Ich pass hier ganz gut durch. Für den nächsten wird's wahrscheinlich im Weg sein. Upp, bella. Den grünen Streifen mitnehmen ist auch immer, wie gesagt, immer eine sehr gute Idee. Ui. Oh, Mann. Die Yoshis freuen sich aber auch richtig, ne? Stehen am Rand. Guck mal, was für dicke Eier wir gelegt haben. Die sind dreimal so groß wie die Yoshis. Also die waren bestimmt schön chinesisch essen letzte Woche. Also wie Yoshis kennen, haben sie nicht chinesisch gegessen, sondern den Chinesen, der es geliefert hat, gleich mit. Und dann haben sie das dicke Ei gelegt. Das ist so wie im Burks Festung bei Yoshis Island fürs SNES. Wenn du da in dem Frosch drin bist und dann diese Rieseneier produzierst. Das ist auch eine ganz schöne Sache. So. Den Rift hier finde ich aber ganz cool. So. Oh, nicht mehr Banane. Sehr gut. Wupp, wupp, wupp. Da ist noch eine Banane. Aber das ist egal. So, wo ist das Ei nicht irgendwie mitnehmen? Danke. Das geht. Oh, den grünen Streifen nehme ich aber gerne mit, ne? Schon zum zweiten Mal. Wahrscheinlich zum dritten Mal. Ich hab beim ersten Mal nicht aufgepasst. Oh, ach schade, den hätte ich gerne mitgenommen. Egoo, haben wir, haben wir. Nein, 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 nein. Heute nicht. Die Strecke brauchte zu viel Rahmen, um seine Platzierung zu berechnen auf dem N64. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Gerade wenn sie die Map ausgeschaltet haben. Und allgemein, ja, das ist ja so viele Alternativen gehabt. Das hat wahrscheinlich die Hardware ganz schön ans Limit getrieben. Aber ist ja allgemein auch cool, wenn man die Karte nicht sehen kann, wenn die Map wie ein Labyrinth aufgebaut ist. Davon kann es gerne ein bisschen mehr geben. So, schauen wir mal, was dabei hier rumgekommen ist. Zack. Mario Kart. Ah, hier, die Schäubert-Strecke. Ja, genau, Kleiner. Das hast du jetzt davon. Ja, ja, hier, Mario. Arschloch. Und die Blitze immer. Ja, die Blitze, das ist das Allerschlimmste. Au. Ja, keine Ahnung, wie ich damit getroffen habe. Aber ich habe wen getroffen. So, nochmal. Ja. Ha, 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 ha. Wie er sich freut. Ja, ja, da ist bestimmt jemand gestorben durch die Bombe. Ja, ja, da ist bestimmt jemand gestorben durch die Bombe. Hallö, schönen guten Abend. So, wir haben 210 Coins. Haben wir drei Sternchen geholt.